Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute sprechen wir über Krankheiten des Dickdarms. Da gibt es Gutartige, da gibt es aber auch Bösartige, den Dickdarmkrebs. Auch über den wollen wir sprechen, denn je eher man den erkennt, desto besser kann man ihn behandeln. Bei mir ist Dr. Thomas Mansfeld. Er ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik Wandsbeck. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Und sprechen wir doch erst einmal über die gutartigen Darmkrankheiten, Herr Dr. Mansfeld. Welche sind denn das? Also da gibt es einige, die wir nennen müssen. Der Dickdarm ist ja zunächst einmal ein Organ, was relativ groß ist. 1,50 Meter lang, reicht vom rechten Bauch über den Oberbauch in den Unterbauch hinein und dient eben dazu, praktisch den Stuhlgang einzudicken, der aus dem Dünndarm kommt. Und auf diesen 1,50 Meter kann natürlich einiges passieren. Und da gibt es zunächst einmal, wie Sie schon sagten, gutartige Erkrankungen. Dazu zählen vor allem die seltenen, auch seltenen auftretenden, aber gut behandelbaren, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie sie genannt werden. Das sind der sogenannte Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Wie gesagt, treten durchaus selten auf. Sehr viel häufiger auftreten, sehr viel häufiger zu finden, ist die Divertikulitis und Divertikulose-Erkrankung bei Patienten. Das sind so kleine Aussackungen der Darmschleimhaut, die sozusagen durch die Wand nach außen treten und sich entzünden können, aber nicht müssen. Diese Erkrankung ist sehr, sehr häufig betrifft durchaus bei 70-Jährigen. Bis zu 50, 60 Prozent aller Menschen haben Divertikulose, die aber halt nicht immer unbedingt Krankheitswert haben. Also in einem sehr großen Prozentsatz der Patienten, nämlich ungefähr drei Viertel, da treten dann nie Probleme damit auf. Da sind einfach nur Divertikulose da, die keinen Krankheitswert haben. Aber wodurch kommen denn die zustande? Das ist ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen. Man nimmt an, dass es mit dem zunehmenden Alter zu Veränderungen in der Darmwand kommt. Man muss sich den Dickdarm so ein bisschen vorstellen wie so eine Wurst. Da ist außen eine Pelle dran, die Serosa. Wir nennen das Serosa. Das ist so eine relativ kräftige Haut. Und innen drin ist die Schleimhaut. Und um die Schleimhaut zu ernähren, gehen kleine Blutgefäße von außen durch diese Pelle, in Anführungszeichen, an die Schleimhaut heran. Und durch diese kleinen Lücken, wo die Blutgefäße sich befinden, wird durch erhöhten Druck im Darm praktisch die Schleimhaut ausgestülpt. Und wir haben dann so kleine Säckchen an diesen Durchtrittstellen der Gefäße, die nur aus Schleimhaut bestehen. Und die haben natürlich nicht so eine hohe Widerstandskraft wie die intakte Pelle. Und da können dann eben Entzündungen auftreten. Und da können auch Durchbrüche auftreten. Das kann perforieren, wie wir sagen. Und hat dann natürlich Krankheitswert. Aha. Also es kann durchaus ernste Folgen haben, wenn man das nicht behandelt. Ja, absolut. Also wie gesagt, wenn Patienten eine Divertikulose haben, dann hat das keinen Krankheitswert. Dann haben sie keine Symptome, keine Schmerzen, keine Beschwerden. Es gibt keine Entzündung. Also einfach nur die Ausstülpung? Einfach nur die Ausstülpung. Die einfache Ausstülpung. Und dann gibt es verschiedene Grade der Entzündung. Das schreitet fort von der Entzündung des einzelnen kleinen Säckchens, eine einfache Divertikulitis, bis hin zur Entzündung eines ganzen Darmanteils mit umgebender Reaktion bis in die gefäßversorgenden Anteile des Darmes hinein. Und bis hin zu einem freien Durchbruch des Darmes in die Bauchhöhle, der dann zu einer schweren Bauchfüllenentzündung führen kann. Also eine sehr breite Palette der Möglichkeiten, die diese Erkrankung bietet. Und woran merke ich, dass ich zum Arzt gehen sollte? Was sind da die Symptome? Sehr häufig ist es, also wie gesagt, 75 Prozent der Patienten haben Divertikel. Die kann man sehen in der Koloskopie oder in der Sonografie, also in der Darmspiegelung oder beim Ultraschall. Die haben aber, müssen nicht behandelt werden. Wenn Probleme auftreten im Sinne von linkseitigen Unterbauchschmerzen, Stuhlgangsbeschwerden und Entzündungszeichen, also Fieberauftritt, dann sollte man zum Arzt gehen und sollte sich untersuchen lassen. Und es sollte geschaut werden, ob eine Entzündung vorliegt, dieser Divertikel eventuell. Und wie stellen Sie fest, ob diese Entzündung vorliegt? Ist das ein Blutteil? Das wird sowohl, wir nennen das klinisch untersucht, also das heißt, wir gehen hin, untersuchen die Patienten, untersuchen den Bauch. Und da gibt es einen ganz typischen Befund, das ist der linkseitige Druckschmerz im Unterbauch. Dann haben wir Blutwerte, die wir bestimmen, wo wir Entzündungswerte erkennen. Und vor allem diese Ultraschalluntersuchung ist eine sehr wichtige, zielführende oder wegweisende Untersuchung. Denn da kann man den wandveränderten Dickdarm, die Wandverdickung des Dickdarms relativ gut erkennen. Und kann dann ziemlich mit sehr hoher Treffsicherheit diese Diagnose stellen. Und üblicherweise, wenn eine milde Entzündung vorliegt, wird das mit Antibiotika behandelt. Und mit Nahrungsschonung, also mit Vermeiden von fester Nahrung für zwei, drei Tage. Und dann bessert sich das sehr schnell wieder und lässt sich sehr schnell wieder zurückdrängen. Und der Darm erholt sich wieder. Wenn das nicht so ist, dass sich das erholt unter der antibiotischen Behandlung, dann muss man über eine Operation nachgedacht werden. Und man muss überlegen, ob man diesen entzündungstragenden Darmabschnitt entfernen muss, operativ. Tatsächlich entfernen? Also nicht nur die Ausstülpung entfernt, sondern den gesamten Darm? Nein, das geht nicht. Die Ausstülpung zu entfernen, das ist praktisch nicht machbar, weil wir sehr viele Divertikel haben in der Regel. Wenn so ein Darm entzündet ist, sind da sehr häufig Divertikel an Divertikel und das kann man nicht einzeln sozusagen zusammennehmen. Außerdem ist es so, dass wir annehmen müssen, dass der Darmanteil des Sigma, das ist der untere Anteil des Dickdarmes, bevor der Enddarm kommt, dieser Anteil hat einen gewissen Hochdruck entwickelt, der durch die, schon was ich eingangs sagte, die Wandveränderungen, einen gewissen Hochdruck. Und dieser Druck, glauben wir, unterhält die Divertikulitis, diese Entzündung der Divertikel. Und wenn wir diese sogenannte Hochdruckzone wegnehmen und entfernen, haben wir einen besseren Druckausgleich im Dickdarm. Und wir wissen genau, wenn wir das ordentlich machen und das wird gut operiert, dann haben wir praktisch kein Wiederauftreten von Divertikeln. Kein Wiederauftreten einer Divertikulitis, auch wenn noch kleine Divertikel vielleicht verblieben sind am übrigen Dickdarm. Also es müssen nicht alle entfernt werden. Wenn man einen Teil des Darms entfernt, das hört sich ja erstmal dramatisch an, als Patient rechtet man mit großen Veränderungen. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Nein, das ist die klassische Operation, ist die sogenannte Sigma-Resektion. Die machen wir zum einen laparoskopisch, also auch mit Schlüssellochtechnik, mit kleinen Inzisionen, die dazu führen, dass der Patient sich sehr schnell wieder erholt eigentlich in aller Regel. Und dann ist es auch so, wenn wir das machen, gibt es Untersuchungen, die belegen, dass 90 Prozent der Patienten im Schnitt so deutlich Beschwerde gebessert sind und auch eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität haben, wenn wir diese Operation gemacht haben. Kann man noch dasselbe essen wie vorher? Ja, das ist keine, also das ist gut, das ist manchmal, hat man Stuhlgangsveränderungen, die aber meistens nur Passagier sind. Und manchmal gibt es nach der Operation Patienten, die können nicht, haben Schwierigkeiten, dann Stuhlgang zu haben, müssen ein bisschen unterstützt werden, andere haben Durchfall. Das ist aber, adaptiert sich sehr schnell oder der Körper gewöhnt sich sehr schnell an diesen veränderten anatomischen Verhältnisse und gewöhnt sich um sozusagen. Also da gibt es keine Einschränkungen beim Essen. Natürlich muss man sich immer gesund ernähren, das ist klar. Man muss, man soll viel Flüssigkeit nehmen, man muss auf regelmäßigen Stuhlgang achten, man muss sich bewegen und all diese Dinge, die gelten natürlich dann weiterhin. Aber nichts, keine speziellen Vorschriften. Dann lassen Sie uns über die bösartigen Krankheiten reden, das wäre ja dann der Krebs. Wie entsteht der? Krebs entsteht zu einem sehr großen Anteil aus sogenannten Adenomen, das sind so gutartige Schleimhautwucherungen, die sich im Darm entwickeln, in der Darmschleimhaut. Und die dann im Rahmen der sogenannten Adenom-Karzinom-Sequenz nennen wir das. Das ist eine stufenweise Veränderung dieser kleinen Polypen und geschwülste, gutartigen, zunächst gutartigen Schleimhautgeschwülste, eine Veränderung, die innerhalb von vielleicht fünf Jahren zu einem Tumor führt. Also das ist eine, die bösartige Veränderung entsteht fast immer aus einer kleinen gutartigen Veränderung. Also vom Darmpolypen zum Darntumor. Ja, also genau. Das hat ja auch dazu geführt, diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass die Vorsorge-Koloskopie ja jetzt von den Kassen bezahlt wird. Die Spiegelung, die Darmspiegelung. Die Darmspiegelung, die Vorsorge-Darmspiegelung, ab 55 bezahlt wird, die dazu dient, dass praktisch der Darm einmal gespiegelt wird. Und wenn diese Polypen gesehen werden und erkannt werden, werden die entfernt und können dann sozusagen sich nicht mehr zum Krebs auswachsen. Und es gibt eine Zahl, die ist ausgerechnet worden, die zeigt, dass durch die Einführung der Vorsorge-Darmspiegelung vor ungefähr 15 Jahren in den darauffolgenden zehn Jahren circa 15.000 Darmkrebsfälle verhindert worden sind und nicht entstanden sind. Sodass man ganz klar an dieser Stelle sagen muss, es gibt ein Plädoyer, die Vorsorge-Koloskopie wahrzunehmen für jeden. Das ist im Augenblick leider immer noch, wird viel zu wenig gemacht. Ich glaube, soweit ich weiß, 20 Prozent der Berechtigten nehmen das überhaupt, weil viele Angst haben vor der Koloskopie. Ja, weil das unangenehm ist. Man hört so vieles darüber. Ja, es ist unangenehm. Es gibt auch manchmal gelegentlich Komplikationen, aber das ist sehr, sehr selten. Und aus meiner Sicht ist es so, dass der Nutzen hier ganz eindeutig den potenziellen, vielleicht auftretenden Schaden überwiegt. Es ist sehr, sehr selten, dass eine operationspflichtige Komplikation auftritt. Und unangenehm sind die Untersuchungen eigentlich nicht mehr, weil man ja sehr moderne und gute Sedierungsmittel, sagen wir dazu, Beruhigungsmittel hat, dass man das praktisch nicht miterlebt, diese Darmspiegelung. Und man hätte danach ja auch erstmal wieder eine Zeit lang Ruhe, weil ja offenbar der Darmkrebs lange braucht. Richtig. Abhängig vom Befund wird dann eben entschieden, wann die nächste Kontrollkoloskopie gemacht werden muss. Okay, jetzt haben wir also über die gutartigen Krankheiten geredet. Aber wenn nun doch Krebs diagnostiziert worden ist, wenn es nun doch behandelt werden muss, was machen Sie dann? Ja, dann muss, wie Sie schon gesagt haben, behandelt werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zunächst wollen wir dann feststellen, wie ausgedehnt der Tumor sich schon entwickelt hat. Dazu wird zunächst die Darmspiegelung gemacht, die natürlich auch die Diagnose dann stellt. Da werden Gewebeproben entnommen von dem Tumor. Als nächstes machen wir eine Ultraschalluntersuchung des gesamten Bauches. Wir machen auch eine Computertomographie eventuell. Die Lunge wird geröntgt und so weiter. Und dann wissen wir, ob der Tumor lokal begrenzt ist oder sich schon ausgedehnt hat. Und dann ist im Falle des Tumors am Dickdarm, das ist praktisch der Anteil vom rechten Unterbauch bis zum linken Unterbauch einmal quer über den Bauch. Das ist der Dickdarm. Danach kommt der Enddarm. Der ist anders zu behandeln onkologisch. Das ist eine spezielle Entität. Bei einem Tumor im Bereich des Dickdarms ist dann der nächste Schritt die Operation. Und die Operation ist insofern die einzige tragende Säule. Der Tumor muss entfernt werden. Und zwar nicht nur einfach nur der Tumor, sondern er muss nach bestimmten onkologischen, sagen wir onkologisch-chirurgischen Prinzipien operiert werden. Dazu zählen eben große Sicherheitsabstände. Dazu zählt eine Operationstechnik, die den Tumor nicht berührt und nicht immer so zerquetscht. Mit dem Ziel, sozusagen keine Tumorzellen in den Bauchraum zu streuen. Und wir müssen die Lymphknoten, die benachbarten Lymphknoten des Tumors vollständig entfernen und in möglichst großer Zahl radikal entfernen. Und wenn das ordentlich gemacht worden ist, wenn keine Umgebungsinfiltrationen da sind und wenn keine Ausbreitung des Tumors da ist, dann kann man schon sagen, dass über alle Stadien letztendlich in 70 Prozent der Fälle eine Heilung mit dieser Technik erzielt und mit diesen Maßnahmen erzielt werden kann. Wir führen diese Operation heute auch meistens laparoskopisch durch, sodass eben auch hier die Patienten profitieren von diesen minimalen, von diesen malinvasiven, von diesen minimalen Schnitten, von der praktisch wie gesagt mit Schlüssellochchirurgischen Technik und sehr schnell wieder gesund sind und wieder nach Hause können und sich sehr schnell wieder erholen von dem Eingriff. Und was verändert sich für mich, wenn ich dann wieder zu Hause bin? Muss ich mein Leben anders führen? Nein, Sie müssen natürlich eine Nachsorge wahrnehmen. Sie müssen weiter in der Behandlung bleiben. Sie dürfen das nicht aus dem Auge verlieren. Es muss regelmäßig dann solografiert werden, alle halbe Jahr. Aber ansonsten vom Lifestyle her wird sich für Sie nicht so viel verändern. Also auch nicht von der Ernährung her, von der Verträglichkeit her? Von der Erlehrung her, der Dinkdarm ist für die Ernährung nicht so relevant. Es gibt natürlich Patienten, die bemerken dann plötzlich, dass sie keine Hülsenfrüchte mehr vertragen oder dass sie keine blähenden Speisen mehr essen. Und da sage ich aber immer, das ist etwas, was Sie individuell dann herausfinden müssen und was individuell der einzelne Patient für sich feststellen muss. Ja, jetzt haben wir also gesprochen über gutartige Krankheiten, über bösartige, über die medizinische Vorsorge. Was kann ich persönlich tun, damit mein Darm sozusagen im Schuss bleibt? Ja, da gibt es wenig vernünftig, wie gesagt, vernünftige Lebensführung. Das heißt immer ausreichend trinken, ausreichend Bewegung, auf den Stuhlgang achten, nicht so viel Hamburger essen zum Beispiel. Fastfood soll ja, also chronische Verstopfung hat sicherlich keinen guten Effekt. Und ansonsten kann man halt regelmäßig Vorsorgen wahrnehmen, sobald das möglich ist. Und sehr viel mehr kann man eigentlich nicht tun. Es gibt noch Möglichkeiten, ASS zu nehmen, zum Beispiel Aspirin, aber das ist alles noch relativ vage. Also besser darauf achten, viel Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogene Ernährung, gesundes Leben. Schlanke Menschen haben weniger Tumoren als kräftigere Menschen. Das ist auch, also Sport und, wie sagt man, ein gesunder Körperhabitus schützt eher, also kann man nicht sagen, schützt vor Arbeit, die Patienten, die einen solchen Habitus haben, haben weniger Karzinom als andere, so würde ich es mal formulieren. Und außerdem immer schön zur Darmvorsorge gehen. Und zur Darmvorsorge, zur Darmspiegelung gehen, zur Vorsorge Darmspiegelung gehen. Genau. Schönen Dank für die Information. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Machen Sie es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017